Die Demokratie braucht engagierte Demokraten, engagierte Mitstreiterinnen und Mitstreiter, insbesondere aus der jungen Generation. Denn eins ist klar, unsere gemeinsame Zukunft kann nicht schlicht die Verlängerung der Vergangenheit sein. Und deswegen freue ich mich über jeden, der in jungen Jahren politisch engagiert ist und unterstütze ganz besonders gerne Lars Lammert in seiner Kandidatur für den Rat der Stadt Bochum. Den richtigen Namen hat er schon, die notwendigen Erfahrungen wird er sicher machen. Und im Übrigen, ein Lammert in Bochum und ein anderer führt Bochum in Berlin. Das ist doch gar nicht schlecht. Was soll ich dazu noch sagen? Der Mann hat recht, Satz für Satz.